Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier in Innsbruck, Österreich. Auf jeden Fall bin ich hier zum Snowboard fahren. Snowboard fahren kann ich hier nicht so gut, aber kann die Innsbrucker Küche was? Ich war schon mal in Innsbruck und kann mich nicht wirklich daran erinnern, weil ich auch nicht viel gegessen habe, aber heute esst mir alles in Innsbruck. Also vier Tage lang, nicht nur heute. Let's go! Das erste was ich esse natürlich Schnitzel. Ist jetzt eher so ein bisschen Fast-Food mäßiger, aber sieht heftig aus, ja? So muss das aussehen. Das ist ein richtig dünnes Schnitzel. Boah, schmeckt geil. Schön klein, schön leicht, schön frittiert. Und die Soßen dazu, Kräuter, Knoblauch und Wein. Ich kenn's eigentlich so, dass die Schnitzel richtig dünn ist und dann so eine Luftschicht drüber ist. Aber hier ist die Panade direkt am Treib. Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Du hast das erste Schnitzel in dem Video in Österreich für diese Reise. Schmeckt's dir? Verwachst du? Und das Schnitzel? Schnitzel schmeckt trocken. Er sagt trocken. Schnitzel schmeckt immer ein bisschen trocken, aber ich finde das ist okay. Das ganze Öl von der Panade ballert schon. Einfach Partner, Luft wie beiden. Dabei habe ich es versucht. Alles ist richtig K.O. Jetzt gibt's was zu essen. Wieder traditionelles. Meine erste Speise, die kein Schnitzel ist. Ich habe hier Zwiebelrostbraten. Ich habe noch nie Rostbraten gegessen. Anscheinend noch ein bisschen rot, aber muss anscheinend so sein. Also die Kartoffeln top. Auch so leicht knusprig, aber schön fest drin. Schön weich. Aber wie bewerte ich das Fleisch? Ich weiß halt einfach nicht, wie Rostbraten sonst schmeckt. Sag ich mal. Schmeckt schön geröstet. Zwiebeln sehen schön glasig aus. Kombiniert ist alles schön. Leicht peprig auch. Überall ist ja auch so Pfeffer drauf gemacht. Also man kann nicht plasen. Schmeckt österreichisch. So hier habe ich noch Tiroler Raviolis. Mit Butter und Parmesan. Parmesan schmeckt man raus. Es ist richtig zart. Geil. Leicht sauer. Ammoniert Bombe. Aber ich glaube, hier man sieht auch das Öl. Es wäre ein bisschen zu fettig, wenn man alles aufpassen würde. Und es ist auch eher eine Vorspeise. Ich glaube eher vom Teilen so. Ein bisschen zu viel Fett. Aber es schmeckt gut. Aber es ist gut, dass es eine Vorspeise ist und dass man das teilen kann. Weil es ist zu viel. Es schwimmt in Öl. Würstel Dreierlei oder so. Da haben wir einmal das Knackige hier. Aus dem Krakauer. Sehr, sehr würzig. Dann haben wir hier noch eine Bratwurst in der Mitte. Die Bratwurst ist schön abwechslungsreich. Mh. Der sauer Kraut ist geil. Mh. Der sauer Kraut ist geil. Mh. Super. Ich mags. Das ist eine Wiener Wurst. Aber so gebraten. Geil. Schmeckt sehr gut. Hesel. Du machst das richtig gut. Boah. Erstmal kleine Snowboard-Pause. Wie gesagt, ich hatte keinen Kurs. Ich höre nur den ganzen Kursen zu. Und jetzt probiere ich hier Tiroler Käsespätzen. Kassspatzen. Kassspatzen. Sorry. Geil. Es ist so käsig. So cremig. Dann noch die geile Konsistenz von den Röstzwiebeln. Zusammen einfach ein Genuss. Ich habe das Schnitzel hier schon probiert. Es ist besser als das erste Schnitzel, was wir gegessen haben. Aber auch nicht das, was wir hier suchen. So schön das mit der Kruste, die so fast eine Blase bildet. Wie so eine Haut. Lass mich nämlich hier mal den Hausberg-Burger. Boah, der ist so groß aus. Aber ich sehe auch schon Tomaten. Zum Glück habe ich meinen Tomaten-Esser hier. Das Brot auch sehr österreichisch, glaube ich. Der schmeckt ziemlich gesund. Aber der Käse, Alter, der ist so würzig. Der Käse ist komplett mit dem Patty zusammengeschmolzen. Dann kommt noch Ketchup und Mayo. Aber der ist Brot. Ihr müsst euch vorstellen, wie so eine Schrippe mit Körnern. Wo Fleisch und Salat reingestopft wurde. Ja, genau. Auf den Punkt gebracht. Der schmeckt schon nicht amerikanisch. Ich spüre den österreicher Vibe. Kann man essen, ja. Fleisch ist auch ziemlich durch. Ich mache es eher so ein bisschen medium. Bisschen trocken. Aber oben hat es so eine crunchy Geschichte. So wie bei den Smash-Burgern. Das gibt den allen noch ein bisschen diese Grillwürze. Den Kick. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nach diesem Burger nochmal auf mein Snowboard komme. Ich muss ja echt mehr Bauch trainieren. Im besten Barwetti der Stadt müssen wir natürlich auch testen. Ob der Naht mit Berlin mithalten kann. Mal gucken. Voll die guten Toppings. Gold, Bumper, Milchtea. Ja, groß oder Köln. Groß, 50% Zucker, 50% Eis. Ichiban, Milchtea, 50% Zucker und 50% Eis. Ja. Auch groß. Noch ein Uchi-Bahn? Ja, auch groß? Äh, auch groß. Lässt Zucker. Ja. Eis? Wenig Eis, ja. Nein, es ist auf jeden Fall keine Pappenstrohhhalme. Pappenstrohhhalme bei Bubble, die immer so, hm. Das sind so aus Maisstärke. Schön hart und fest. Biologischer Bauer, Freunde. Okay, probieren wir mal den Span. Mmh. Mmh. Tapioca noch schön warm. Boah, zu laka. Super. Tapioca, schön zahnt, chewy. Auch sehr frisch gekocht. Kann auf jeden Fall was. Echi gut. Echi Ban Ki. Meine Empfehlung geht auf. So, das ist auch das beste Restaurant hier. Oh, hier. Das sieht authentisch aus hier. So, hat uns auch der Bubble Tea Verkäufer empfohlen. Also er wusste nicht, was gute Schnitze sind. Aber er meinte, wenn dann hier. Okay, was haben wir denn da? Ja. Ich nehme auf jeden Fall ein Schnitze. Und diesmal nehme ich vom Kalb. Und dann muss man immer reservieren. Und wir haben noch so Hochtische bekommen. Auf entspannt. Okay. Auf dann. Auf dann. Auf dann. Habe ich gerade gelernt. Nach Ski und Snowboard Session. Ich trinke nicht gerne Bier, aber jetzt ballert es extra gut. Karspreisknödel Suppe. Einfach eine Suppe. Schön klare Suppe. Leicht, nicht zu würzig. Ballert. Und jetzt haben wir aber noch... Boah, das ist ein fettes Käseknödel. Schön würzig und käsig auf jeden Fall. Das ist geil. Aber ich hätte schon Angst, dass das mich schon satt macht. Schmeckt gut. Boah, Freunde. Auf jeden Fall ein Abprojekt zu dem ersten. Auch schön Zitrone drauf. Lecker Schmecker. Ganz dünn das Fleisch. Und hier noch die Luftschicht zwischen der Panade und dem Fleisch. Die Panade klebt nicht dran. Ich glaube, so muss Schnitzel sein. Genau richtig, Freunde. Und dann auch mit Preissebeeren. Auf jeden Fall das beste Schnitzel, was ich je hatte. Das Kalbsfleisch auch schön zart. Die Pommes ist auch perfekt. Dazu noch echtes Knoblauchbrot. Ich hatte noch nie echtes Knoblauchbrot. Nur das vom Supermarkt. Alles zusammen einfach super. Super, super, super. Das sind jetzt ganz gewöhnliche, ja, man inspirierte Gerichte. Auf jeden Fall brauchen wir alle ein bisschen Abwechslung. Aber ich vermisse immer noch mein Schnitzel. Zum Abschluss der Reise muss der Dönertest dann auch den Döner von Innsbruck testen. Ich habe jetzt an Xeromie einen Döner gegessen. Mal sehen, wie er so schmeckt. Eisberg, Zwiebeln, die Soße kommt drauf auf das Fleisch. Mit Tomatensauce auch noch. Mit Tomatensauce auch komisch, aber das ist auch ein Pizzalarm. Ich weiß nicht, ob das überall so ist. Die andere ist so Joghurtsauce. Kann man essen, weil ich mag die Soße nicht. Soße sind nicht so meist. Hähnchen vielleicht auch ein bisschen trocken. Ja, das Brot auch. In Berlin machen wir die Soße immer auch das Brot. Und hier hat er etwas Weicheinbrot. Paradeur. Aber nicht so gut wie in Berlin.